Ja, Mario, jetzt weiß ich wie das ist. Hat irgendwie nichts gebracht. Kann ja mal passieren. Und jetzt sind wir wieder am Start bei Mario Tennis Aces. Was machen wir heute? Ja, heute fahren wir unser Spiel fort. Wir haben ein bisschen geübt und geguckt, wie es geht. Und heute wollen wir mal ein kleines Match spielen. So mit 15 Zähler und so. Und vielleicht, dass man zwei Gewinnspiele hat, um das Match zu gewinnen. Und los geht's! Okay, passt jetzt alles. Ja, aber mehr sehen. Hä, bist du jetzt Peach? Nee, mach nur mal zurück. Du solltest doch Mario nehmen. Was für eine schöne Haarfrisur hat der Mario. Nee, meine ist aber hüpfer. Sie hat heute extra schick gemacht, heute für das Turnier. So, da wir den Rasenplatz noch nicht hatten, machen wir den mal. Ja, der Rasenplatz ist natürlich anders wie ein Hallenplatz oder ein Sandplatz. Einzel ist klar, ja. Da spielt noch kein Doppel. Hm, Doppel wär auch mal lustig. Das Publikum ist schon da. Das sind deine Fans. Ja, die Corona-Abststände wird aber nicht angehalten. Wario. Ja klar, müssen sie schon. Hört man so. Ja, ich bin gut aufholen. Die Zähne sind so kurz. Oh, eine Schmalzlocke. Ja, eine schöne Schmalzlocke vorne. Ja wunderbar. Du hast viel mehr Locken als ich. Es sieht aus wie so ein Kinnkabriegel. Na, Wario? Bist du schon gespannt? Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Dann zeig mal, was du kannst. Ich brauch schon mal nix. Ich bin halt ein bissel... Ich bin jetzt so... Bisschen eingerostet. Uah! Uah! Du hast mein Knocha. Uah! Uah! Das ist mein Knocha. Uah! Uah. Ja! Ha! Cool. Uah! Uah! Na, Wart. Na, was? Wie machst du das nochmal mit dem Sprung? Soll ich die Wiederholung eigentlich immer weg machen oder? Nö, die kannst du machen. Ich versuche mal Zeitlupe. Naja, so ging das. Die rechte Taste irgendwie. Okay. Das war eine Zeitlupe. Spielwahl zum 1 zu 0 für Vario. Erster Spielwahl. Hast du das gesehen? Nö, das war keine Ahnung. Waa? Wo schlägt mich? Erste Spiel gewonnen. Mario! Es fliegt. Jetzt schlägt Walupi auf. Und quer war wohl kross gespielt. Er war super, Yadio. Deine Frisur sitzt. Du hast bestimmt heute... Okay. Au, er guckt schon böse mit der Schmalzlocke. Au, da sitzt fällig. Jetzt muss ja was passieren. Das ist aber ganz schön gut, Vario! Ja! Ja! Vario! Gut gespielt! Vario hat viel Kraft! Das ist ja auch Power-Typ! Äh, falsche Taste! Ich bin so schlecht! Lol! Boah! Deine Schläge sind so heftig! Ich werde immer ein Stück nach hinten transportiert, wenn mich dein Pfeil trifft! Das ist ein geiles Spiel! Boah! So stark, Vario! Boah! Komm, geh! Achtung! Haha! 1530! Das ist geil die Anzeige. Und Trust ist nur die Widahoena. In your face. Was soll ich den denn erwischen? Jetzt hab ich zwei Mixpille. Zwei Mixpille. So, hab ich verpasst. So lauf, Mario. Ja, zweiter Mixpille. Oha! Na warte. Mach doch auch mal Spezial! Das ist klar. Mach doch auch mal Spezial-Attacke. Ich weiß nicht, wie man es dir muss. Ja, aber... Kann man das nicht abschalten, den Scheiß? wir sind ja ja auch nicht im wirklichen leben wir sind hier machen kindern wie geht das noch mal mit zeitgruppe zeitlupe zwei mitspälle abgewendet oh mein gott das war das war ja zählt nicht Oh! Hehe. Du hast nur mit diesen Scheißdingern da mit diesen Blumen im Mund. Wenn du das nochmal spielst hör auf, das ist ein Quatsch. Kannst das auch machen Mario? so ein turnier spielt man nicht so ein schwachsinn da man spielt vernünftig und nicht so ein dreck da du machst doch einfach auch war ja sowas mache ich nicht weil sowas gibt es nicht ich siehst doch dass es gibt was sagst du jetzt ja mit deinem Scheiß ich hab doch jetzt gar nichts gemacht du hast ja ich hab die Spiele für lange gewonnen gehabt leg dich mal nicht so rauf war ja ich hab auch ohne Spezialattacke gewonnen oder bin im Vorteil oder bin im Vorteil waa hätte ich bloß nichts gesagt was ist los wario was ist los wario jetzt machst du doch Spezial ne ich bin ja drauf gekommen was war das jetzt was ich denn wieder drauf komme ich will Zeitlupe machen ja rechts ist Zeitlupe ja komm ja 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 das war das sozusagen auch mit der Zeitlupe das klappt nur wenn dieser Stern am Boden ist hab ich jetzt am Ende gar nicht gemacht du hast genau wie ich zwei Matchbälle gemacht hast hast du zweimal das gespielt zweimal wo ich Matchball hatte hast du diese Attacke mit der Blumen im Mund genommen und das ist Kinderscheiße okay ich mach's nicht mehr Vario mach'n wir weiter jetzt vorbei gespielt, Ende ja machen wir noch eins ja machen wir noch eins ich hatte zwei Matchbälle willst du was anderes einstellen? nein ich will genau das ich will nichts anderes einstellen das passt doch jetzt was willst du wieder anders einstellen? dass du zwei Blumen im Maul hast oder was? zeig mal was du kannst zeig mal lieber was du kannst bevor du diesen Scheiß immer spielst ich kann's halt Vario na lieber ne Rose im Mund das ist ne das ist ne Knoblauch im Mund das ist ausgespielt das ist fies du geh Zeit, du bewusstes rechts ja rechts ja rechts wieso zu spät na Vario ich komm' ja immer nicht hin ich komm' ja immer nicht hin ja renn mit deinem Gurkig-Spengel du hast grad dein Spiel zu Null verloren willi ja ich kann dir gar nichts mehr hin ich kann dir gar nichts mehr hin das wird hier nichts mehr das wird hier nichts mehr wieso geht das nicht? hofft man das ach, cheilig ha 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 ach, ach balls Ich bin nicht gedrückt. Ich bin nicht verdammt. ganz schön spannend hier da komme ich nicht hin ich weiß wie es ist hat irgendwie nichts gebracht hast du es gleich wieder ach so das ist wiederholung ich bin hingegangen also man kann ihn abwählen man kann es wissen man kann ihn abwählen das geht hier ewig hin und her jetzt kann man immer stunden dauern Ja, du hast das auch gemacht. Ab und zu werde ich es doch machen dürfen. Oh, Mann. Ich brech gleich zusammen. Ja, geschlagen. Mit richtigen Wassern. Mit ohne irgendwelche Scheiße ausgetrickst, ausgespielt habe ich. Im Paluppi. Glückwunsch, Mario. Wow. Wow. So, noch eine Runde oder was möchtest du? Noch eine Runde. Jetzt werden wir üben. Ich werde ein bisschen was probieren. Also nochmal normal oder Übungsmodus? Nee, nee. Nur mal ausspielen. Ich möchte mir Asse schlagen. Ja. 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 Morgen. Okay, Mario. Jetzt bewegt mal deinen fetten Arsch. Du bist ganz so schnell! Wow! Warte mal, wie war das denn mit dem Foto? Mit dem Stopp? Wo schreibt man die? Macht man den Stopp? Ja, ich glaube hier, aber ich weiß nicht genau. Da wäre ein Stopp gut gewesen. Ich probier's mal! Das ist kein Stopp. Das habe ich körperlich schossen. Ein Stopp ist, wenn er hinter dem Netz runterfällt und du nicht mehr hinkommst. In your face! Das ist aber keine Spezialattacke gewesen. Nö! Du hast mich getroffen! Oh Gott! Das war aber ein schwacher Ball. Ich hab gerade noch viel Köln gekommen. Ich bin nicht mehr hingekommen. Haha! Den, der hinspielt, da muss ich in die Mitte mitte gehen. Du spielst immer lange rein. Da bleib ich stehen. Das ist schlecht. Ja, ich bin auch oft nicht hingekommen. Du Schmalzlocke! Solltest du mal zum Friseur gehen? Ja! Ja, ich hab das noch nicht raus, wie ich das mache. Ich muss auch mal probieren, wie ich das mache. Ich probiere gerade was. Also das ist jetzt mit normal. Okay. Ich hab gerade was, ich möchte was probieren. Dann muss ich meinen Stopp geben. Auf der Taste! Ne, ich will keine Zeit, ich will einen Stopp! Ein Flop! Ein Lob! Ja, das weiß ich nicht, wie das geht. Dann muss ich ja beide Tasten drücken. Du machst gar nichts mehr. Ne, ich probiere was. Das ist ja wurscht. Das ist mir nichts egal, wie das für mich ist. Das ist für mich kein Match jetzt. Jetzt müsste man, jetzt müsste man ein Loch. Ne, ich hab gewonnen. Ja, aber du brauchst das. Mach mal bitte wieder mit dem Üben mit dem Lock. Das möchte ich mal zu tun. Ja, machen wir gleich. Ich krieg das nicht raus. Ich hab das überall rumgedrückt und da hat alles versagen. Also nicht richtig gespielt. Also sieht aus, als hätte ich jetzt gewonnen. Ja, du hast gewonnen, weil ich nicht gespielt hab. Das ist mir wurscht. Du hast gewonnen, ich hab den Film probiert. Also, dann verabschieden wir uns jetzt für dieses Let's Play, oder? Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Das letzte Spiel war für mich nur Übungsspiel. Und ich hab was ausprobiert, was nicht geklappt hat. Das muss ich nochmal üben. Unter Übungsmodus. Und auf Wiedersehen. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, oder abonniert mich. Wario, willst du auch noch was sagen? Nee, ich wünsch euch einen schönen Abend. Ich muss das Fenster aufmachen lassen. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.